Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele Themen. Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Kinderzimmer. Danke, danke Onkel Walter für die tolle sprechende Barbie-Puppe. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Du bist der Grösste. Danke. Ja, und Sandro, was hat das nun mit IT-Sicherheit zu tun? Naja, die Frage kann ich gut verstehen. Nur Andreas, ist es nicht so, dass heute eigentlich viel Spielzeug verschenkt wird, das irgendwo einen Akku hat, irgendwo einen Prozessor hat und damit auch irgendwo eine Netzwerkschnittstelle meist direkt ins Internet hat? Man spricht von die Wanze im Kinderzimmerpuppen, die alles aufzeichnen, Mikrofon oder sogar Kameras haben, die immer laufen und wenn möglich das Zeugs einfach noch in die Cloud übertragen. Das ist wirklich erstaunlich, wie viele Geräte heute nur noch so laufen, dass sie wirklich einen Prozessor drin haben, dass sie irgendwelche Logiken drin haben. Das kann schon ganz klassische Brettspiele sein, die heute noch ergänzt werden. Du musst noch eine App auf dem Handy installieren, dass du das Spiel spielen kannst. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Und in dieser Folge geht es halt tatsächlich mal weniger jetzt um euer Unternehmen, sondern weil morgen Weihnachten ist, haben wir uns gedacht, komm, wir nehmen uns dem Thema an, was da alles unter dem Tannenbaum liegt. Natürlich nicht die selbst hergestellte Kerze und die selbstgebackenen Kekse und so, sondern wirklich Elektronik-Spielzeug. Das muss aber nicht immer ganz so fancy Zeug sein wie eine sprechende Barbie-Puppe. Was kann denn da so alles unter dem Weihnachtsbaum liegen? Ja, eben. Spiele habe ich erwähnt. Das ist so ein Klassiker. Natürlich auch so Eisenbahnanlagen, die auch verbunden sind. Ganz kleine Dinge. Die Puppe hast du zwar schon erwähnt, aber das ist sicher ein gängiges Spielzeug, das gegeben wird. Dann ferngesteuerte Autos und so weiter. Und es kann aber auch natürlich heute einfach mal der PC sein. Es kann Laptop sein. Jedes Kind braucht er heute für die Schule. Ja, heute sowieso. Nach 2020 ist klar, jeder braucht das. Aber auch Handys natürlichen, Klassiker-Tablets, Smartwatches und so weiter und so fort. Und wie sieht es da überhaupt mit der Sicherheit aus? Darum soll es sich heute wirklich drehen. Ich möchte doch noch ein bisschen bei dieser Puppe bleiben. Wir haben mit der begonnen. Du hast so schön gesagt, ja, die Wanze im Kinderzimmer. Da gab es wirklich so Gefälle. Da haben diese Puppen, die sprechen konnten, die hat man dann auch antrainiert. Die haben dann meine Stimme kennengelernt und konnten auf das reagieren. Was man aber nicht wusste ist, dass jede Sprachansage direkt in die Cloud geschickt wurde. Und noch viel schlimmer, das Mikrofon lief ständig. Ja gut, alle, die eine Alexa zu Hause haben und eine Alexa im Kinderzimmer steht, ist eigentlich eine Barbie, die Alexa heisst oder eine Alexa, die Barbie heisst oder wie auch immer. Ja, korrekt. Nur, dass eben diese Alexa auf ein Stichwort hört. Sie kann zwar auch fehlinterpretieren und trotzdem zuhören, aber da weiss ich bewusst, wenn ich Alexa sage, dann hört die mir zu. Bei der Puppe war das anders. Die hat immer zugehört. Ich glaube, was schon auch noch dazu kommt, ich weiss nicht, wie du das siehst, Andreas, aber wenn ich mir eine Alexa oder eine Siri oder was auch immer ins Zimmer stelle, dann weiss ich eigentlich schon, was ich hier tue. Dann weiss ich, naja, jetzt stelle ich mir da eine Wanze bis zu einem gewissen Grad hinein. Wenn ich aber irgend so ein Kinderspielzeug habe, dann bin ich mir das eigentlich nicht bewusst, was das genau ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es doch auch häufig so, ich sage mal, naja, auch wenn Google uns überall ausspioniert, so ein bisschen was für IT-Sicherheit müssen die dann schon auch tun. Auch wenn da was passiert oder auch Apple bemüht sich da sehr stark um Sicherheit und Datenschutz. Da weiss ich, naja, zumindest kommt da mal irgendein Update. Kommt das bei einer Barbie dann wirklich auch oder bei dem billigen Brettspiel aus dem Alibaba-Webshop? Ja, ich vermute ganz klar, dass da keine Updates nachfolgen werden. Das ist viel zu teuer für diese Hersteller, die programmieren das. Oft eben auch sehr schlecht programmiert, sehr einfach gehalten. Es erfüllt seinen Zweck und vielleicht noch ein bisschen drüber raus und das war es dann. Also da wirst du nie ein Update bekommen. Wie sollst du das auch installieren können? Das sind oft in sich geschlossene Systeme, die haben vielleicht noch WLAN und das war es dann. Da gibt es keine Möglichkeit, mit diesem Ding zu interagieren. Ausser über irgendeine Armbewegung, wo das Ding dann lacht oder was auch immer. Das ist wichtig für deinen Backup. Auf jeden Fall, was wir damit sagen wollen, zwei Dinge, wenn ihr Kinder habt, die solche Geschenke kriegen, dann seid durchaus auch mal wachsam und beschäftigt euch mal kurz, was haben die da genau gekriegt? Was bedeutet das? Muss ich noch irgendwie beispielsweise ein Standardpasswort ändern oder bei Spielzeug ein Standardpasswort ändern? Mann, das hört sich an. Aber wenn es dann überhaupt schon ein Passwort hat, was ja schon mal ein Vorteil wäre. Genau, es hört sich auch total schräg an, nur beschäftigt euch mal damit und googelt mal danach, was ist das überhaupt, das da ins Kinderzimmer gestellt wird. Wollt ihr das wirklich auch oder wie könnt ihr es allenfalls noch etwas besser absichern? Ganz ein wichtiger Punkt, ja eben kann ich es absichern oder muss ich halt dann vielleicht auch auf eine Funktion verzichten, wenn ich gar nichts machen kann. Das ist das andere. Oder wie sage ich es jetzt dem Kinder und zwar wortwörtlich, dass sich das nicht so eine gute Idee jetzt, naja, das wird dann anspruchsvoll, da können wir euch auch keine Tipps geben, da gibt es ganz bestimmt andere Podcasts dazu, die das ganz gut machen. Nur was wir sensibilisieren wollen ist wirklich, ey, beschäftigt euch mit dem Zeug und wenn ihr was verschenkt, dann beschäftigt euch auch mit den Dingen. Weil ich glaube, wir können das auch ganz offen sagen, da gibt es ja tolle Spielzeuge, da gibt es ja Dinge, die selbst uns einen Abend lang beschäftigen können und die wir toll finden, aber naja, nichtsdestotrotz, schaut, was ist das, macht das sinnwillig, das wirklich. Komm, aber es gibt ja auch die klassischen, klassischeren Geschenke, wo wir einfach mal sagen, es kann ja auch ein Handy, ein Tablet, ein Laptop sein, einfach, weil auch die junge Generation das heute wirklich vermehrt einsetzen muss, vermehrt braucht und man dann sagt, naja, aber dann wenigstens auf Weihnachten gibt es ein neues Gerät. Was gibt es da so zu beachten? Ja, ich denke gerade, wie du erwähnt hast, gerade das Handy ist so ein Thema, das alle Eltern kennen, das Kind, das unbedingt das neueste Handy möchte und je nach Budget wird es halt dann nicht das neueste Handy sein, sondern auch vielleicht ein günstigeres Handy und da ist halt oft die Gefahr, gibt es noch Updates? Wir haben das Thema schon mehrfach erwähnt in unserem Podcast. Jede Software hat Schwachstellen, die werden früher oder später erkannt und die Hersteller liefern dann ein Update. Man nennt das auch Fachausdruck, ein Patch, man schliesst diese Lücke. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also achtet darauf, dass die Geräte, auch wenn ihr irgendein älteres Gerät kauft, vielleicht auch nicht neu kauft, ist alles in Ordnung, ist ja auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen super, wenn man die Geräte noch etwas braucht, aber es sollte wirklich noch unterstützt werden vom Hersteller. Das ist wirklich extrem wichtig. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass ihr Geräte einsetzt, die noch über Support verfügen, weil wenn das nicht mehr gewährleistet ist und es wird eine Schwachstelle erkannt, kann die ein Hacker auch ausnutzen und zwar sehr einfach. Ich habe ja den bösen Spruch, Hacker sind faule Leute, die greifen bekannte Schwachstellen an und das machen sie im grossen Ausmass. Und da dann einfach durch das ganze Internet zu schauen, wer hat noch ein veraltetes Handy, ist sehr einfach für diese Hacker. Und dann kommt ja, wenn wir mal bei den Handys noch bleiben, was kann man da sonst noch machen? Ich weiss gar nicht, ob wir da schon darauf eingegangen sind, doch ich glaube in unserem Podcast um Antivirus, also Antivirus-Geschichten auf klassischen Handys, Android oder iPhone, nützt leider nicht wahnsinnig viel, auch wenn insbesondere Android nicht ganz ungefährdet ist, nützt leider aber nicht so viel. Aber was ist sonst noch wichtig auf diesen Geräten? Gerade je nach Alter der Kinder ist halt schon auch wichtig, dass die Eltern dann eine gewisse Kontrolle oder eine Kontrollfunktion wahrnehmen können. Wie siehst du das, Andreas? Ja, das ist auch ein leidiges Thema, das immer wieder Diskussionen gibt. Wie kann ich das eingrenzen? Zum Beispiel die Dauer ist so ein Thema. Uns geht es ja auch so, wenn wir vertieft in etwas sind, vergessen wir die Zeit. Und Kinder sind halt sehr anfällig dann auch auf Spiele, spielen da stundenlang und vergessen einfach die Zeit. Und da natürlich Möglichkeiten zu haben, das einzuschränken, die Dauer. Oder auch, was sie spielen oder was sie im Internet surfen, ist ein wichtiger Punkt. Sehe ich auch so. Totalkontrolle bin ich ein absoluter Gegner, aber trotzdem, es braucht schon ein bisschen Kontrolle, weil im Internet siehst du sonst wirklich auf ganz kleine oder ganz einfach wirklich alles. Und das sollte ein bisschen Kontrolle haben. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das würde den Rahmen etwas sprengen, auf die Einzelnen einzugehen. Aber ich glaube, beim Handy für Kinder sind das die ganz wichtigen Punkte. Also achtet darauf, dass die wirklich noch Updates kriegen und überlegt euch, wie könnt ihr das auch einigermassen kontrollieren und auch mit den Kindern zusammen wirklich ansprechen und auch eine Erziehung in diesem Bereich, dass die auch stattfindet. Ich möchte noch einen Punkt angehen, der vor allem bei PCs und Laptops, vor allem die mit Windows-Betriebssystem, eine Unsitte ist. Wenn ihr das aus der Schachtel auspackt, ihr startet das, dann müsst ihr die Sprache einstellen und dann läuft das Ding. Aber leider ist das sehr, sehr viele Software mit installiert. Oft veraltete Software, aus meiner Erfahrung. Oft bekommt ihr noch irgendein Antivirenprogramm mit, ein sehr teures. Aber da habt ihr nur 90 Tage kostenlos dabei. Dann müsst ihr das kaufen. Also es ist total überfrachtet. Ja, was ist deine Empfehlung? Ich würde mal sagen, wenn es Windows ist, wir haben jetzt von Windows gesprochen, sind wir uns, glaube ich, soweit ich weiss auch einig, nehmt einfach den Windows Defender. Korrekt, ja, wenn es jetzt um das Antivirenprogramm geht, das reicht völlig. Jedes zusätzliche Programm erhöht natürlich wieder die Möglichkeit für Schwachstellen. Darum ist mein Rat schon, deinstalliert alles, was ihr nicht braucht. Lasst nur das drauf, mit dem ihr wirklich arbeitet. Genau, sehr, sehr wichtig. Und was ja dann häufig auch schiefläuft zu Hause, dann wird einfach mit dem Administrationsaccount gearbeitet. Der heisst dann heute natürlich schon auch wieder Vorname. Aber der hat dann einfach zu viele Rechte. Warum ist das gefährlich? Ja, wenn ich natürlich auf ein Virus stosse, sei es in einer E-Mail oder auf einer Webseite, dann hat er die gleichen Rechte, wie ich gerade angemeldet bin. Dann hat er auch meine Rechte und kann sich installieren, kann sich verbreiten, kann mir Dateien löschen oder irgendetwas spionieren. Also darum wirklich mit einem eingeschränkten Benutzer arbeiten. Ja, das sind sicher mal so wichtige Punkte gibt es. Was kommt dir sonst noch so in den Sinn, Andreas? Was gibt es da noch? Was ist zu tun? So ein neuer Laptop ausgepackt unterm Weihnachtsbaum. Alle haben Freude. Boah, einschalten, toll. Ja, jetzt kommt die mühsame Arbeit. Ja, auspacken, es läuft. Aber eben, wir haben es gesagt, Software deinstallieren, dann alles, was drauf ist, aktualisieren. Auch mal schauen, gibt es noch neuere Treiber dazu, wie bei der Puppe, hat es da schon eine Aktualisierung gegeben. Und das braucht Zeit. Also da müsst ihr locker mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden rechnen, bevor ihr wirklich loslegen könnt. Und meine Erfahrung ist, das ist viel zu mühsam. Das wird dann eben nicht gemacht. Und schon gar nicht am Weihnachtsabend, weil da will man ja dann doch nicht mit den Kindern vor dem Laptop verbringen, sondern noch irgendwas anderes tun. Also vielleicht verschiebt ihr dann das einfach auf den nächsten Tag. Ist ja okay, aber tut es. Sehe ich auch so. Wie siehst du es eigentlich bei Mac? Ja, auch der Mac braucht seine Streicherleinheiten. Auch da gibt es Updates. Bei Mac ist leider die, nein, nicht leider, sondern zum Glück diese Unsitte mit all den zusätzlichen Programmen nicht so stark. Es gibt zwar ein paar Programme, die Apple mit installiert, aber nicht in dem Ausmass, wie das bei Windows ist. Antivirus? Ja, ist ein Thema, das natürlich sehr aktuell ist. Heute ist die Zeit vorbei, wo die Mac-Benutzer sagen konnten, ja, Antiviren interessiert mich nicht. Es gibt ja keine Viren. Nein, es gibt heute wirklich sehr geschickte Viren, auch für den Mac. Also auch hier gilt, ihr müsst was tun. Und wir haben Firewall schon ein bisschen angetönt. Die gibt es bei Mac, die ist einfach nicht aktiv. Aktiviert die noch zusätzlich, dann habt ihr wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Genau. Du hast hier noch eine Frage in der Vorbereitung mal aufgeschrieben, Andreas. Sollten nur Profis die Sicherheitseinstellungen des Geräts verändern? Wie stehst du dazu? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Was kann ich selber machen? Du hast sie selbst aufgeschrieben. Ja, ja. Ich stelle auch kritische Fragen. Ja, jeder sollte sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber es braucht doch ein bisschen Wissen. Und da gibt es inzwischen gute Checklisten im Internet, die man herunterladen kann. Zum Beispiel bei uns in der Schweiz ist das die Melanie, die Melde- und Analyse-Stelle für Informationssicherheit oder in Deutschland das BSI für Bürger, das da ganz gute Anleitungen mitgibt. Was ist so das Minimum, das jeder machen sollte? Und das kann dann auch jeder. Vielleicht weiss ich auf den ersten Blick nicht, wo. Mit diesen Listen finde ich wirklich alles. Wir werden das auch in den Show Notes verlinken. Da müsst ihr nicht lange suchen und könnt dann wirklich diese Einstellungen vornehmen. Und manchmal gibt es ja auch im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft jemanden, der das kann. Und dann kann man da auch mal ganz freundlich anklopfen und fragen. Nicht immer mögen die das so, weil da natürlich alle kommen. Ich weiss, dass nichtsdestotrotz, ich denke, die haben auch eine soziale Verantwortung, oder André? Hoffentlich wäre das niemand, der mich kennt. Wir beide kennen ja das, dass wir dann angefragt werden. Du, ich habe da ein neues Geschenk bekommen. Kannst du mal schauen? Ja, klar, wir machen das. Das gehört unter Freunden dazu. Genau. Komm, wir versuchen das nochmal ein wenig zusammenzufassen. Also was gilt es jetzt alles zu beachten? Und zwar jetzt von der anderen Seite. Klar, morgen ist dann Bescherung etwas knapp, aber es gibt ja immer noch die, die noch nicht genau wissen oder noch nicht alle Geschenke zusammen haben. Also was sollte ich da beachten, wenn ich solche, nennen wir es mal elektronische Spielzeuge und schliessen da alles ein, wirklich von Spielzeug bis zu PC-Notebook kaufe. Schreibt dir das auf die Festplatte. Passt auf mit Mikrofon und Kamera. Braucht wirklich eine Puppe diese Funktionen? Oder gibt es eine Puppe, die das nicht hat? Dann würde ich die wirklich bevorzugen. Auch wenn die Kinder das lieben, denkt einfach wirklich ein bisschen daran, was ihr damit auch anrichtet. Ich sage das mal ganz hart. Ja, einfach schütze auch dein Kind, weil da geht so viel in die Cloud weg. Ihr wisst nicht mehr, was mit dem passiert. Dann, wenn wir wieder zu Handy und Tablets gehen, ich glaube, da ist es etwas weniger kompliziert, weil es einfach schon per se eher Markenprodukte sind. Zumindest beim Betriebssystem gibt es da gar nicht so viel Auswahl. Also achtet dort vor allem darauf, dass es eben noch wirklich Support hat, vor allem auch bei den mobilen Geräten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Achtet darauf bei PC-Laptops, dass ihr einen Virenschutz drauf habt. Durchaus Windows Defender auf Windows 10, das ist in Ordnung, das reicht. Achtet darauf, dass die Firewall aktiv ist. Achtet darauf, dass ihr nicht mit Administrationsrechten arbeitet. Und habe ich was vergessen? Ja, und sobald ihr dann mit dem arbeitet, macht auch ein Backup. Da haben wir jetzt nichts dazu gesagt. Sichert auch eure Daten, dass wenn mal was passiert, dass ihr das dann noch habt. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören mit dieser speziellen Weihnachtsfolge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch natürlich ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Dann einen ganz guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns auch wieder auf das Jahr 2021, auf viele tolle Podcasts. Bitte abonniert uns doch noch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr uns ein kleines Geschenk machen wollt, dann bewertet doch den Podcast mit fünf Sternen. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Schöne Weihnachten. Macht's gut. Tschüss. Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran. Abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch